Was zum F*** ist das? Was ist das? Ich muss das nicht sehen. Was ist das für ein Scheiß? Das war aufgefallen, ich fahre mal innerer in der gleichen Farbe. Wir wechseln. Da kommt ihr im Leben nicht drauf, das steht total sinnlos, was ich da überhaupt gemalt habe. Oh, ich hatte es noch ein bisschen. Ich habe was vergessen zu mahlen, wenn ich... Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich da zeichnen soll. Mega krass. Ich habe noch einen Joghurt vor mir. Eine Beefy. Ich habe noch ein bisschen Beefy mit Joghurt probieren. Ich wollte gerade sagen, das ist eine geile Mischung. Das stimmt. Ich weiß noch was ganz ekelhaftes, wo auch gute Hütte waren, da habe ich so ein... Da gibt es ja die kalten Kaffees auf der Kühltheke, in der Mitte, das ist ja kein Koffer. Da habe ich auch mal einen gesoffen und eine Beefy gibt, das nicht gesoffen war. Das war auch geklappt. Ich habe das nächste Problem, ich habe das eine halbe Stunde auf Senden gedrückt. Das wurde automatisch abgegeben am Ende. So wie es aussieht. Ja, aber hoffentlich kann er dann wieder tauschen und so. Ja klar, aber es wird dann einfach beendet. Jetzt muss ich mal Aquatisieren und dann kann ich nochmal ändern. Und jetzt? Ja, jetzt wird mein Bild angezeigt. Die kippel... Und dann werden... Oh... 10 Fünf Ich hab zwei Sachen gedacht Ich weiß es Ich auch Ich glaub ich hab Deins geliked Banklof Das ist nicht dumm flach Stefan Der Banklof ist auch Deins Der ist echt Stefans Oder hab ich euch beide geliked? Du meinst ich wel? Teilst er hier in der Park Das hab ich auch geliked, find ich auch gut Ich hab Stefans seins auch geliked Ist der Bonuspunkt der? Hm, oder was? Oder war das wegen der Winningstreak? Ne, war Winningstreak und ich hab Liked auch gut Oje Was zum Fick? Ich sag doch Ich hab zu viel oder zu wenig gemalt Eins von den beiden Aber das würde sich nicht ausreichen Hey, I'm serious, time is up Ich hab ein größeres Handy Ich hab ein größeres Handy Ich könnte ein viel größeres Bücher malen Äh, ich weiß nichts Äh, äh Und hier sind wirklich nichts Einfach nur Schorten schreiben Ich weiß gar nichts Okay, auf Englisch wüsste ich jetzt auch nichts Ich wüsste die englischen Worte ja nicht, wo ich da schreiben wollen würde Ich hab vorhin schon überlegt, ob ich einfach mal Deutsch schreibe Was heißt denn die? Was heißt die obere Zweite? Ich hab keine Ahnung Meins, die Lüssen weiß ich nicht, Crunch-Hawk heißt... Saucen-Stein Was ist denn ein Saucen-Stein? Hm Ich denk mal, also, das wird unsere Kobel besitzt Aber ich denk mal, das wird dann noch ein bisschen Sohn, ähm, Soße, weiß Ach so, so ein Brühwürfel Brühwürfel, genau Soßen-Brühwürfel Soßen-Brühwürfel Ich hätte noch einen Stein-Nuten hinmalen können Aber den hätt ich noch nie erkannt, wenn ich da einen Stein-Nuten malen Ne Der muss mir den Kack aufnehmen Was ist denn mein Bild tatsächlich angenommen? Aber du hast fünf Likes Ja Krass Du hast in jeder Runde ein Like bekommen für den Laden? Kann ja nicht sein Ne, du kannst ja auch zwei Likes pro Runde bekommen Ja, habt eine Runde Für den anderen habt ihr zwei Likes bekommen Naja Schon noch irgendjemand online, der mitspielen kann? Denn Ja, spielst halt auf Iron Noch nicht passend da wegschriegt Ne Ne Amma ist schon wieder out, hab ich gesehen, ne? Ab ich schicken mal den Link Ab ich schicken mal den Link Ab ich schicken Ab ich schicken mal den Link Ja, und dann direkt Ihr werdet ihr bei ihnen reinkommen Schau dich schon mal die Neue Oh nein, wie vier Leute zuhören Ich hätte es doch nicht zu geben Irgendeine schaut halt noch zu mir Also die Beschreibung ist eh Total War Stimmt Ja 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 Wow, wie soll ich das denn machen? Ja Ich hab jetzt nicht am Anfang mal gesehen, dass ich den Karten noch nicht die Antifa Partizial qualisiert habe Ach man Ja, sowas kann man doch nicht auf dem Handy zeigen, das geht doch nicht Ich weiß nicht, was die Worte bedeuten Hey, you have 30 seconds to hit send or your drawing will be lost forever! I'm not joking! Now that I've got all your drawings, it's time for some fun! Phew. Haben bisschen länger gelaut, weil ich den Titel noch erkannt habe. Nur blive in. Und googeln musst Du, was das bedeutet! Nummer eins. Fertigkei! 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 25 25 25 25 25 25 Hurry up, people! Just type something in 5 And here are your choices No Oh no And here are your picks There should be orange Yeah, there should be orange I don't know I don't know what to say Pizza drink is good Pizza drink is good I thought it was a salami pizza No In the drink there were so little pieces Yeah, that's the pulp That's the pulp If it's pizza It's a little piece What? Is that really good? Is that really good? 2 What? There is a lot of There is a lot of things There is a lot of things Come on Come on Typing time is almost up I thought about the whole picture What? Sentrape Gangbang Party Okay, here are your choices What? What is that? What? Is that right? Yeah, he's looking at it He's looking at it It's good Mixed-Getränk statt Orangensaft. Aber das sieht ja dir an fast gut aus. Award-Bonus-Lives. Hoppla ist gut. Hoppla ist gut. Hoppla ist gut. Hoppla ist auch gut. Keine Ahnung. Was ist denn ein Lichers? Lichers ist eine Bühne. Das da vorne sollen zwei Lotsprecher sein. Ach, ich dachte das wäre ein Scheinwerfer. Karrenspieler und eine Bühne. Und das eine links oben war eine Note. Ich habe das doch auch gewählt. Was habe ich denn jetzt gewählt? Hat er es nicht genocht? Ich habe noch geliked. Liked. Was ist das denn für ein Quatsch? Du hast Kisscam gevotet, oder? Nee, ich habe das gevotet. Nee, ich habe das gevotet. Was? Das kann man nicht erraten. Was ist denn da drüber? Party. Wieso sind deren Beuche so komisch gemalt? Ja, das ist halt... Das ist halt... Das ist halt die Hände. Das ist halt Vollshit gewesen, was ich jetzt zeigen musste. Das Hände beleidigt uns. 3Dappen von Diebenstreiten. Sollte eher falsch reden. Oh, ich muss ja schon wieder raten. What's the real? Oh, Kackle Parties. Ja, das habe ich mal gewählt. Das hat mich gar nicht genug gemacht. Hm, als ob das Spiel das schreibt. Aber das gibt es wirklich in Amerika. Kackle Parties. Ja, das auch. Was meinst du jetzt? Wie Agni Sweater Party? Wie echte Antwort, ja. Ja, aber warum? Wie zeichnet man sowas? Das ist doch gar nicht schlecht gezeichnet. Wir haben es beide richtig. Wir haben es beide erkannt. Wie ist denn das? Das ist der Hammer. Ich war ganz knapp davor Party Gag anzuschreiben. Dann habe ich Agni Sweater Party noch gesehen. Bad candidates Governance Verd Site Seize Im Saus verwirrt will ethisch her los durch dich nicht Top Ach du Scheiße, das ist gar nicht so geworden wie ich das machen wollte. Ah, mit mir hat es gerade voll den Spitzenstrichchen gemacht, den ich nicht machen wollte. Das ist nur Müll. Man muss sich aufpassen, dass ein SS schreit. Warum? Na ja. Narzis. Warum? Ich habe einen Pokepot gemacht. Da hat doch Eka dazu. Pokepot? Alter. Mega übel, ey. Das war richtig scheiße. Da meinst, also... Oh ne, das ist meinst du das Erste, das könnt ihr nicht erraten. Ich muss nichts. Ich bin... ...gegen. 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 ...gegen! 3, 2, 2... ...gegen. Ja, ich muss nichts. Das sieht mit dem Kopf auch ganz anders aus, als es geworden ist. Ich weiß nicht, was da steht. Comic-Con. Ach komm, ey. Comic-Con? Oh, dann hab ich wahrscheinlich Stefan 6 angekriegt. Glaube ich nicht. Wieso hast du das Potassium-Benzote gesehen? Und hier sind deine Pics. Was? Das ist auf jeden Fall ein Pecoy. Auf jeden Fall ein Pecoy. Ich dachte, das heißt Loser, nicht Comic. Echt, Nerd on Herd. Nerd on Herd, den find ich gut, den hab ich genannt. Der kam von Rocket Beans. Nerds on Herd. Haben die es Zeit lang so genannt. Echt ein Loser-Convention? WTF? Ich dachte, das heißt Loser-Con. Darum hab ich das angeklickt. Ach so. Boah. Das wollte ich nicht da hinschreiben. Aber das sollte also ein richtiger Nerd werden. Aber irgendwie sah der doch am Ende cooler aus, als ich wollte. War ein cooler Nerd. Ja, der sah total cool aus. Ja, Alter. Der sollte viel nerdiger aussehen. Boah. Was ist das denn schon wieder? War wieder so ein alter Rennen, der lieber irgendwas aufregt. Was macht ihr denn? Hahahaha. 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 Ich hätte eine Fail machen sollen doch, dann hätte das bloß gehört. Das ist doch ein Fail. Ein Fail ganz rechts. Der Fail ist Du. Ok, da ist ein Schreibfehler drin. Das war nicht schön, dass es Stefans ist. Warte. Fick dich. Ach, come on, pick one. Let's see what people picked. Oh, scheiße. Das ist falsch. Ich hab mich gleich gleich ausgewählt. Ich hab mich gleich das gemalt. Ich hab leider ein ING vergessen. Ja. Die Grammatiker ist so falsch. Das ist der Hammer. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Ach, Streaming. Ein ING und dann nach dem Add hätte ich noch ein WIR gemusst. Ich hab mich echt vertippt, Alter. Ja, du hast Man mit Q geschrieben. Ja. Man throwing stones. Oh, gut entschieden. Das entscheidet. Wer hätte es denn gemalt? Stefan. Ich. Scheiße. Das ist echtes Quapuzzi, ne? Ja. Bestimmt. Da wären nur die Beinchen. Und was ist das für ein Mensch? Ist das Gesicht auf der Seite? Das links ist auch total verkrüppelt geworden. Das ist einfach nur scheiße geworden. Man kann da halt nicht so genau zeichnen. Ah. Hab ich auch schon gemerkt. Ja. Boah, guck mal. Gewalt. Fuck. Die Erkenntnis war richtig witzig. Was? Ja. 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 Ich war zu langsam im Schreiben. Wollte... Sprustkrebs schreiben auf Englisch. Boah. 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 Kannst du dir nicht direkt meine Antwort rausnehmen, Stefan, den du über Sharknado lachst? Ach das war dein ewig Der Atomic hätte das bestimmt gekriegt Nee, der Atomic hätte das bestimmt gekriegt Das ist ja eh Ich glaube ja du hättest Pustkrebs angeklickt Nee Wow Nee Never Apuzzi ist doch Hundebrunnen-Krebs-Pokémon Nee, das ist ein Psycho-Pokémon Ja, ich weiß, Wasser Nee, echt? Psycho? Wasser-Psy Apopsy Zumindest die weiteren entwicklungen Ich weiß nicht, Apuzzi schon Aber ist ja gar nicht so falsch wie du im Hypnotic Nee Haben wir als Unentschieden gespielt? Nee, Stefan hat gewonnen Ja, weil ich Fuck, wenn wir beide recht hatten What? Shit, Alter Daran hat keiner gedacht Nee Wie hätt ich nicht mal gewinnen können Wenn du gesagt hättest, dass du was anderes nimmst Dann hätt ich trotzdem das genommen Ja Ja doch, dann hätt ich gewonnen Ja Genau Die Spieltheorie Wenn du zu sicherst, dass du was anderes machst Dann mach ich auf jeden Fall das, was mich zum Ziel bringt Das ist ja was, die lernt immer mal so früher mal saufen Also entweder beide verlieren Voll gut Ja, genau Das ging gar nicht anders Entweder Beinismus Wir konnten nur verlieren Ja, krieg ich nicht alleine Punkte, wenn ich's alleine errate? Was heißt das? Ja, dass ich jetzt einfach nicht mehr gewinne, ist klar Aber dich hätt ich ja noch schlagen können Was heißt das? Ah Kann ich dir nicht sagen Kann ich dir nicht sagen Ja 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 Und ich glaub ich hab's gerade verkackt Oh ja Stefan macht Riese und Meister Hä? Mein Bild wurde gelöscht Ich muss noch Meilen spartieren Was? Er kann aus deinen Fehlern lernen Du hast ja noch bestimmt ganz viel Zeit. Wie hast du das gemacht? Hast du das gemacht, oder hast du das gemacht im Abschied? Time out. Hast du schon wie ein Hakenkreuz gemacht oder sowas? Nein, es war auf einmal weg. Du hast auch wieder sowas erkennt. Keine Ahnung, das ist bestimmt ein amerikanisches Spiel. Na gut, dann wäre es belastet. Aber vielleicht hat der Fuck geschehen. Hat mich das hier alles erkannt? Nix. Ja, nix. 25 Sekunden. Nix. Aber jetzt wird mir das Bild eher angezeigt, als dass ich raten kann. Das ist ja auch krummisch. Das kannst du nicht raten, als ich weiß ich immer. Ja. 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 Ja, da ist dein Geist. Ja, hier sind deine Pänise. Ja. Ja. Ja, da ist dein Geist. Ja. Ja, da ist dein Geist. Was? Was war denn dann richtig? Yeah. Hab ich auch eins gewählt. Brunchpolice? Das leidische Polizei-Auto. Brunch. Brunch ist ja Zwischen Frühstück und Mittag. Ja ja schon klar, ich hab das Polizei-Auto da unten nicht erkannt. Und ich wollte rechts noch einen Donut machen, weil die Polizisten alle Donuts... Ich dachte das wäre ein Teller. Das oben links wäre auch ein Teller, der bei Essen drauf ist. WTF. Ich hab ein Gesicht daraus erkannt, ich dachte das wäre die Nase. Wenn du einmal was erkannt hast, dann kommst du ja nicht mehr davon weg. Das ist ganz einfach. Hey, I'm serious. Time is up. Fünf, vier, zwei, zwei, eins. Ah, ich wollte noch was dazu schreiben und dann musste ich es wieder lösen, weil ich mich verschriegelt warte. Ich muss immer drücken, was du sehen? Ich weiß nicht, ob du das geschrieben hast. Ich schieße es einfach. Ich wollte das schon nach Hause nutzen müssen. Ich hab mir gedacht, weil der Stefan so gesagt hat, dass du sie löschen musst, ich hab mir gedacht, na gut, sieht eigentlich schon so aus wie so ein ganz alter Formser, aber ist in den 90ern, also schon wieder zu verdammt. Was? Und du wolltest deinen Penis aus dem Bild raus machen? Ist das ein Gesicht auf dem Schatz? Oder ist das noch absolut ja nicht? Hahaha Das ist so gut. Das ist einfach so gut. Hahaha Die Antworten. Achso. Ach, was? Ich hab keine Ahnung, was davon richtig ist. Was? Oh Gott. Nur so Ausschussverfahren, was das Spiel wohl nicht schreiben würde. Drip... Fall. Drip war auch nicht. Also muss es Crying Pennies sein. Oh wow, wie schlecht. Richtig schlecht. Fassbar. Ah, ein Dripping Ding. Ich bin so gut, dass du es gewählt hast. Unglaublich. Ach, wie soll ich das denn machen? Ach, wie soll ich das denn machen? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Wie soll ich das denn machen? Ich bin so gut. Boah. Wie soll ich denn was in die Foodboy-B壇 schreiben? Ich bin so gut. Wie soll ich denn mal was in die Foodboy-B壇 schreiben? Wenn wir jetzt eine Audience hatten, könnten die auch noch liken. Dann wird es noch hunderte Punkte geben, glaube ich. Enter a title, ja, ich kann doch nicht. Komm schon, ich kann doch nicht. 25 Sekunden Zeit. Krass. Ich hoffe, ich habe ihn nicht verlesen, weil Pity, ich habe ihn nur einmal kurz angeguckt. Ich weiß nicht, dass er mich verzahnt hat. Oh, wie schnell schreibst du, Basti? Hast du Autokorrektur mit drin, irgendwie? Du Redshade-Programm? Ja, fast ein Jahr in Amerika gelebt. Pity! Was denn? Ich bin so schnell schreibst. Ah, das ist scheitisch. Oh, ich bin nur ein. Ich gebe das immer mit Sprache ein, das hört mir noch nicht mehr wie viel. Und hier sind deine Pics. Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Einfach verkacken. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Das ist einfach verkackt. Juhu! Keine Ahnung, was das war. Ich wohne mal Garmisch. Irgendwie ein Pizzabergisch auf jeden Fall ist gut. Hab ich mal gedacht. Das war meins. Misch so garbage alter, what the fuck. Ich hab keine Ahnung, das ist so richtig redding. Kann doch nicht sein. Das wählt man doch nicht. Was zum Fick ist das? Ja, das Spiel ist heilig. Ja, das sind bei dem Checkbox Spiel, wo ich vorhin gezeigt habe, nicht so viele Spiele dabei. Da gibt es noch ein paar Erweiterungen, aber die habe ich nicht. Ich glaube meins wurde nicht angenommen. Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube überhaupt nicht. Nee. Da muss ich auf jeden Fall richtig raten. Porn halt. Porn halt. Porn halt. Porn halt denkst du. Ah, ne Porn. Das habe ich geliked, aber das ist jeder Decoy. Also das. Da sind Hartenkolls drin. Leko Mio. Ringtau? Nee. Hast du keine Staff? Ja. Ja, ich glaube ich auf jeden Fall... Auch in diese Müffel-Linie. Ja. Das ganz kleine rote Kreischen, das war ein Geist. Ja. Ja. Du wollte ich ein leeres Bild abticken am Anfang. Also ich spunk ihn. Ich wollte schreiben Konzept, aber es ist ja... Oh, äh... Scheiße. Wow. Was? Du hast da das Schwerdbein gemacht. Der Rechts ist auf jeden Fall ein Phanzose, der hat so einen komischen Schnurrbart. Hm, da ist der Mund. Häpp. Häpp. Ich wollte eigentlich noch ein paar Worte mehr schreien. Nein! Ja, auch. Stefans Antwort eindeutig, ich krieg ein Like. Was ist denn bitter an der Capcom? Keine Ahnung, aber dass du das geschrieben hast, hat mega die Lösung verraten, ne? Weil das halt im Wort vor kam. Ja, das stimmt wohl. Du wolltest dir in Sieg sichern, dass du 2000 Punkte kriegst. Da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist voll krass, voll Meta-Thinking. Stimmt eigentlich, aber hab ich echt nicht drüber nachgedacht. Also du hast wieder trotzdem gewonnen. Ja, lucky, ne? Ja, eine Sorgecard. Vor der Hörter-Spieler, die Zeit geht aber nicht rum. Bitte? Soll ich erst eine halbe Stunde dazu sein? Keine Ahnung, ja, aber nicht lange. Das macht echt pop.